Biete den Leuten wenigstens noch ein spektakuläres Ende. Steh auf. Das ging mir durch den Kopf. Steh auf. Steh wenigstens auf. Wenn du dann umfällst im Stehen, dann hast du wenigstens versucht, noch aufzustehen. Und das ging mir dann auch durch den Kopf. Und dann lieber sterbe ich, bevor ich aufgebe. Und das war meine letzte Chance, das so zu machen und aufzustehen. Und das habe ich dann gemacht. Und ihn haben dann nach 40 Sekunden in die Kräfte losgelassen. Und ja, war dann mein Glück. Das hat mir dann auch viel Saft gekostet, muss ich sagen.